Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Faktorio mit mir heute wieder alleine. Und zwar, ich werde jetzt da hier hingehen, diese ganze Konstruktion hier wieder abreißen und etwas neu gestalten. Und zwar hat es den folgenden Grund, wir werden ja hier teilweise die Kupferplatten so dermaßen wegfressen. Genauso auch hier diese Kupferplatten und hier diese Kupferleitungen werden wir dermaßen weggefressen. Nur alleine durch diese Herstellung von den grünen Schaltkreisen. Und ich werde das Ganze so bauen, dass nur das alles benötigt wird, was gebraucht wird. Deswegen, ich spiele das Ganze auch noch mit einem weiteren Kollegen von mir zusammen. Da haben wir dasselbe Prinzip gemacht und da muss ich sagen, da funktioniert es wunderbar. Und das heißt, die Bänder sind meistens immer voll und es wird halt nur das benötigt, was halt gebraucht wird. Und dasselbe werde ich auch hier auch durchführen. Das heißt, weg, 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 weg. Das kann jetzt das Ganze jetzt ein bisschen dauern, bis ich das alles hier abgebaut habe. Und ja, das heißt, ich muss hier wirklich alles wegmachen. Ich muss aufpassen, da ich jetzt nicht aus Versehen noch ein Roboter, noch ein Sacke. So, hier die Ärmenschere weg. Ja gut, okay, das Kupfer ist mir jetzt momentan noch egal. So. Das weg, das weg, alles weg. Hier die Bänder, die lasse ich mal noch da stehen. Das soll erstmal alles weggenommen werden. Hört mal auf, hier zu produzieren. So. Hier alles schön weg. Ich brauche das momentan alles nicht. Okay, den Tunnel brauche ich noch. Ne, falsch. Wo ist der Tunnel? Tunnel, Tunnel, Tunnel. Hier ist er. Ach du Scheiße, wie viele Roten habe ich hier einstecken? Wow. Egal. So, alles weg, weg. Die mache ich noch weg. So, und zwar. Hier auch weg. Das auch weg. So, ich habe jetzt da hier jede Menge Fabriken stehen. Blup. Und zwar, werde ich das hinbauen? Hm. Wie mache ich noch das am besten? So. So. Und das. So. Blup, das ist die falsche Taste. Hier wird Eisen und Kupfer zusammen mitgeführt. Und hier sollten wieder die grünen Bänder weglaufen. Also das heißt, wieder auf das andere Band drauf. Quasi hier hin. So, genau. Und dann Armchair. So. Und der packt mir hier die ganzen Sachen wieder raus. Habe ich jetzt richtig gebaut? Jawohl. So. Na, zu weit weg. So, du stellst mir bitte Kupferkabel her. Dasselbe macht der hier und der hier. Und der hier macht mir bitte dann die grünen Schaltkreise. So wie der und der. So, das ist jetzt, sage ich mal, würde ich sagen, eine richtige Produktionskette. Weil es wird halt nur das gebraucht, was benötigt wird. Am besten lasse ich das so, wie es ist. Genau. Komm, ich lasse es so, wie es ist. Hier mache ich das ganze Kupfer. Das sollte nur bis dahin gehen. Genau. Und hier oben das Eisen. So. So, du brauchst halt nämlich diese Kupferkabeln. Das heißt, ich setze hier. Hier hast du viel. Der hat das Eisen. Okay. Das heißt, dann würde ich jetzt da mal hingehen. Die hier mal mit Strom anlegen. Na. Hm, habe ich jetzt einen Denkfehler drin? Ja, habe ich. Ich muss ja die Arme hier drehen. So. Genau. Und dann. Hm, die Langgreifarme. Die sollen das Ganze auspacken. So. Das heißt, es wird halt nur das benötigt, was wirklich gebraucht wird. Und mir wird das ganze Kupfer nicht alles weggefressen durch diese, äh, durch diese ganze Kupferkabeln. Wieso bin ich da nicht früher auf diese Idee gekommen? Ja, gut. Klar, ich mag es gerne, wenn ich überall Fließbänder habe, wo alles produziert wird. Aber, uff, ja. Trotzdem. Okay, ihr braucht auch wieder Kupferkabel. Hm, wie mache ich denn das hier am besten? Mit den roten Schaltkreisen. Ich glaube, da mache ich dasselbe Prinzip. Aber, da muss ich mir wirklich mal Gedanken machen, wie ich das am besten mache. Am besten, ich würde sagen, ich reiße hier diesen ganzen Komplex, reiße ich wieder komplett ab und baue den neu. Okay, ich weiß dann das so richtig. So, das fülle ich mal weg. So. Und zwar stelle ich hier eine Kiste hin. Eine passive Anbieterkiste. Und in dieser Greifarm, puh, am besten mache ich da einen langsamen hin. Ansonsten werden die hier mir alles weggefressen. Und dieser Greifarm wäre dann so schnell, dass hier nichts mehr nachkommt. So, okay. Ach du Scheiße, wie viel habe ich denn hier? Einstecken. Wüss. So. Okay, das sollte mal reichen vorerst. Hm. Komm, ich mache hier am besten noch eine Fabrik hin. Weil die Grünen werden ja im späteren Verlauf, werden die so oft gebraucht. So. Das heißt, du gibst weiter. Du gibst weiter. Und du gibst weiter. Du packst aus. Und du packst aus. Und du. So, natürlich brauchst du ja auch die Eisenplatten. Das heißt, lange Greifarme. Hier. So. So. Und so. Habe ich alles. Nee, natürlich. Ich muss ja irgendwie das Kupfer noch da hinten hinbringen. Hm. Ich muss ja das Kupfer noch da hinten hinbringen. Kacke. Ach, ich vermisse da die 30er Untergrundtunnels. Ich bin Mod verwöhnt. Da bin ich jetzt da wirklich Mod verwöhnt. Hm. Wie mache ich das jetzt am besten? Hier oben wieder abgreifen. Und da runter bringen. Oder eine Schlaufe. Aber dann weiß ich nicht. Komm. Ja, ich mache erst mal so eine Schlaufe. Mal schauen, wie sich das Ganze verhält. Ach. Der ist im Weg. So. Und zwar. So. Hm. Darüber. Und da hoch. Okay. So. Das heißt, du brauchst jetzt halt die Kupferkabeln. Und so. Natürlich braucht ihr auch wiederum Strom. Und das bekommt ihr jetzt da auch. Ach. Okay. Jetzt hat der hier wieder keinen Strom. So. Hm. Genau. Äh. Ist das mein Ziel? Doppelt zu machen? Ja, ist es. Ist es. Ist es. Das passt ja dann. Okay. Hm. Aber dann will ich ja was sagen. Mache ich hier oben. Okay. Das funktioniert ja wunderbar. Will ich aber sagen. Mache ich hier eine Anbieterkiste hin. Und einen langsamen Greifarm. So. Natürlich hat er nur keinen Strom. Okay. Und dann packt er das hier alles rein. Ich begrenze das wieder. Okay. Sollte passen. Und dasselbe mache ich wahrscheinlich hier auch. Hm. Hm. Wow. Hm. Ich weiß da nicht so recht. Hier habe ich ja 150 Lasertürme. Okay. Hm. 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 Der soll erstmal laufen. Achso. Ja. Ich brauche ja hier oben noch. Hm. Ach komm. Scheiß drauf. Ich mache es jetzt. Wasser. Weil. Wenn man bedenkt. Ich habe hier Platz. Ich kann mich hier weiter ausbreiten. Also. Es soll daran nicht liegen. So. Es soll da hier jetzt ja wirklich nicht daran liegen. So. Also kann man sagen. Fast hier die ganze Arbeit umsonst. Was ich da gebaut habe. Aber ich finde. Ähm. Das andere Prinzip. Finde ich da wirklich viel besser. Muss ich sagen. Hm. Forschung könnte ich auch mal wieder anfangen. Okay. Ihr seid mir momentan egal. Äh. Komm. Ich reiße euch allen ab. Ich baue wieder neu. Es muss sein. Oh. Okay. Hm. Da würde ich ja was sagen. Rein. Und. Nee. Okay. Dann bringen wir wieder diese Robo da. Dann bringen wir wieder diese grünen Teile. Ähm. Habe ich hier unnötigen Schrott. Was ich nicht mehr brauche. Ja. Habe ich. Habe ich eine normale Kiste. Eine Eisenkiste. Okay. So. Der Schrott. Was ich nicht mehr brauche. Kleiner Strommast. Der kommt weg. Hm. Offshore-Pumpen kommen weg. Lichtbögenöfen. Die behalte ich mal noch. Ähm. Eisenzahnräder. Äh. Ja komm. Die hebe ich trotzdem mal auf. Die kann ich wieder aufs Band legen. Oder in eine Fabrik. Äh. Ja. Die hier hebe ich auf. Die Dampfmaschinen. Was sagt überhaupt der Strom? Gut. Ich habe jetzt ja einiges abgebaut. Ähm. Ja. Komm ich hole mir. Ich baue mir hier noch eine Kiste hin. So. Äh. Die. 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 Äh. Gelben Fließbänder. Die kommen jetzt ja erstmal weg. So. Hier. Weg. Weg. Jede Menge. Äh. Eisen. Kupfer. Schrott. Weg. Stahl. Oh. Das bringen wir natürlich schon mit die Hopper dann mal. Das ist okay. Denkt Fehler von mir. So. Das weg. Das weg. Ähm. Rohre erstmal auch weg. So. Das habe ich wieder. Na verdammt. Ja. Raucherhusten. Das sind was für die Anzeichen. Ich muss eine Kippe rauchen. So. Alles weg. Alles weg. Äh. Gott. Na toll. So. Das heißt. Sie hatten keine Arbeit mehr gehabt. Die Roboter. So. Weg. Weg. Okay. So. Ach Gott. Das geht mal ein bisschen schneller. Hier den Schrott. Na toll. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ah. Gott. Und was ich auch noch gerne vermisse. Ist halt. Das schnelle Craften. Aber. Ich will halt hier. Nicht großartig rumsheeten. Du bringst mir Lasertürme. Achso. Ja. Ich habe hier 50 Stück. Okay. 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 So. Da würde ich auch was sagen. Blaue Maschinerien. Jetzt muss ich mal nachschauen. Ich fange am besten von hinten an. Und zwar. Du benötigst halt. Die grünen. Ist klar. Hm. Du benötigst die grünen. Kunststoffstangen und Kupferkabel. Das heißt. Du stellst mir bitte die Kupferkabel her. Bringst sie mir weiter in diese Fabrik. Hm. Genau. So. Weil Kupfer habe ich hier. Hm. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Mache ich hier so einen kleinen Schlenkertan? Hm. Und die hier bringen mir die grünen. Das geht jetzt auch wieder nicht. Ich muss das hier noch eins drüber setzen. Wo ist jetzt meine Fabrik wieder hin? Äh. Da. So. Das heißt. Hier kommt noch ein Band hin. Für. Das hier. Hm. Alles einsammeln. Okay. Und zwar. Noch einmal. Äh. Falsch. So. So. Oh Mann. Alles weg. Alles weg. So. Okay. Nochmal von vorne. Du stellst mir jetzt halt die roten her. Genauso wie du her. Du brauchst natürlich Kupferkabel. So. So. Das heißt. Einen langen Knickarm. Du bringst mir das Kupferkabel hier hinein. Hm. Du gibst sie weiter. So. Jetzt brauchst du natürlich die grünen Schaltkreise und die Kunststoffstangen. Okay. Äh. Äh. Verdammt. Okay. Das ist eigentlich auch kein Problem. Ähm. Du gibst sie hier rüber. Das hier baue ich wieder ab. So. Und du. Nein. Nein. Hör auf. Verdammt. So. Toll. Ein Kupferteil hier. So. Okay. Du hast jetzt da alles, was du brauchst. Okay. Einmal Säft und Säft. So. Okay. Dann gibst du hier unten weiter. Hier kommt ein schneller Knickarm hinein. Und du fängst da schon an, die roten herzustellen. Du gibst sie raus. Du gibst sie raus. Und zwar hier oben auf das Band. Äh. Na toll. So. Na toll. So. Jetzt nochmal. Was fehlt dir? Was fehlt dir noch? Achso, dir fehlt dir noch ein Knickarm. So. Jawohl. Das sieht sehr gut aus. Dann auch die richtige Seite. Weil hier habe ich ja die intelligenten Greifarme. Das passt. Und dann würde ich sagen, dasselbe noch. Nochmal. Und zwar hier, 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 hier und hier. Aber das Ausschmeißen muss ich mal schauen, wie ich das mache. Gut. Das Ausschmeißen ist ja auch gar kein Problem. Scheiße, das ist ein Problem. Ne, wird doch kein Problem. Äh. Falsch. Falsch. Weil du schmeißt aus. Dann geht das hier auf das Band drauf. So. Hm. Oh Gott. So. Jetzt fehlt dir natürlich Kupfer. Mir fehlt Kupfer. Oh Gott. Also immer, wenn ich mich bewege, rutscht mir das alles weg. So. Das Kupfer kommt hier entlang. Okay. Am besten mache ich hier einen Teiler hinein. Komm, ich mache hier einen Teiler hinein. So einen schnellen. Ich habe ja genug. So. So. Mhm. 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 So. Du gibst hier weiter hier einen langen Knickarm. Du nimmst hier das Kupfer weg. Und dann brauchst du jetzt dann noch, ähm, die Teile hier. Das heißt, ein langen Knickarm hier. Wie mache ich das jetzt auch hier? Hm. Wie mache ich denn das jetzt auch hier? Ein Tunnel. So. Du gibst raus. Hier kommt ein Tunnel an. Bitte reich. Bläh. So. Hä? Nein. Der reich nicht, der Tunnel. Jetzt reichst er. Hm. So. Du gibst das Kupfer weiter. Du nimmst dir diese Teile entgegen. Hier unten kommt ein Tunnel hin. So. Hier kommt ein Teiler hin. Teile habe ich ja noch. Ups. So. Aber keine Tunnels mehr. Doch habe ich auch noch. Perfekt. So. Du gibst die Teile weiter. Du gibst sie hoch. Die kommen hier an. Und das selbe Spiel brauchst du hier auch. Im Endeffekt bin ich genauso weit wie vorher auch. Mit dieser ganzen Maschinerie und mit diesem... Boah. Egal. 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 Nein. 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 Boah. Boah. Her damit. So. Ja. Jetzt aber. Hauptsache mir wird das ganze Kupfer nicht so schnell gefressen. Das ist die Hauptsache eigentlich. So. Du solltest jetzt hier die roten herstellen. Du packst sie aus. Genau. Das heißt sie müssen sich jetzt hier erstmal stapeln. So. Du schmeißt sie raus. Genau. Und du schmeißt sie raus. Gut. Okay. Das sieht doch mal sehr gut aus. So. Oh Gott. Wie viele grüne habe ich denn bitte? Wow. So viele brauche ich eigentlich gar nicht. Nichts. So. Sollte reichen. Von den roten. Ebenfalls brauche ich auch nicht so viele. Habe ich noch irgendwo Schrott? Nein. Ach doch. Hier. Jede Menge Eisenerz. Wie ich das Eisenerz wieder da unten anbinde. Oh. 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 Greifarme. Hm. Die mache ich am besten hier oben hin. Und zwar. Ich fange wieder von hinten an. So. Du brauchst den Intelligenten. Der Intelligente braucht den schnellen Greifarm. Der schnelle Greifarm braucht den normalen Greifarm. Und der hier braucht die grünen, die Eisenzahnräder und Eisenplatten. So. Und da mir das zu doof ist, wirklich zu doof, eine Anforderungskiste, Eisenzahnräder und Eisenplatten. Hm. Du stellst mir bitte die Eisenzahnräder her. Die, wo sind sie jetzt da wieder? Hier sind sie. So. Eine Anforderungskiste. Du packst aus. Du packst aus. Du packst ein. Hä? Ja, gut. Okay. Passt. So. Eisen. Ich stell das mal hoch auf 500. So. Okay. Jetzt fehlen noch die grünen. Du brauchst die grünen. Und du brauchst ebenfalls die grünen. Okay. Das heißt, ich hab keine Kiste mehr. Wo sind jetzt die Kisten? Ach hier. Anforderungskisten. Mhm. Mhm. So. Und dann. So, aber hier spielt es ja keine Rolle, wo der Ausladen tut, weil das wird ja hier eh alles auf das Band geschmissen. Das reicht da vollkommen aus. So, die grünen Schaltkreise. 200 Stück reichen. Aber ich glaube... Ja, okay. Anbieterkiste. Genau. Das passt ja. So, aber Forschung. 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 Verdammt. Da brauch ich die Alienwissenschaftspakete. Hier ebenfalls. Hm. Laserturmfeuerrad.com. So, und du sollst jetzt anfangen. Ne, du fängst jetzt an. Wieso machst du hier nix? Ach so, du hast dich schon welche hergestellt. Okay, okay, okay. Ah, die fehlen auch die Eisenplatten. No problem, Digga. No problem. So, jetzt werden die intelligenten Greifarme hergestellt. Okay. Boah. Komm, ab, 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 ab. So, und zwar. So, welche Fabrik brauch ich hier die Intelligenten? Ah ja, hier die. So, und zwar. Komm, du kriegst alles. Jetzt muss ich hier wieder das Eisen hier anschließen. Wie mache ich denn das am besten? Hm. Normale Tunnels habe ich jetzt ja keine mehr, wie ich es jetzt hier sehe. Doch habe ich. Okay. Und zwar sollte das eigentlich auch so gehen. Ah, nein. Geht nicht. Das heißt, ich muss hier doch einen Tunnel reinsetzen. Okay. So, und zwar geht das von... Oh Gott. So. So. Okay. Das Eisen wird wieder angeliefert. Eisenerz. Und dann würde ich sagen... Komm, brenn mal bitte weiter. So. Ach, ich vermisse es, wenn hier mal nur 100 steht. Mit einer Mod. Ich glaube, das war Big Packs gewesen. Da ist es möglich, 2000 das Decks zu machen. Und ja. Hm. Das vermisse ich. So. Okay, du stellst Fließbänder her. Gut, okay. Das kann ruhig... Das ist eigentlich gar kein Problem. Habe ich irgendwo eine Fabrik am Laufen? Ah ja, hier ist sie ja. Komm. Stell mal hier von denen welchen her. Komm, gib mir mal ein paar Stück. So. Dann bin ich hier die gelben los. So, was könnte ich hier noch verschnellern? Eigentlich so im Endeffekt nichts. Hm. Batterien sind auch genug da. Ja, jede Menge Batterien sind da. Puh. Was habe ich denn hier oben noch alles gebaut? Ah ja, genau. Hier oben habe ich hier die Maschinerie gebaut. Für die... Für den Strom. Das heißt, die hier kann ich eigentlich im Endeffekt abreißen. Weil... Unnötig. Weil die haben eh keine Kohle mehr. Das kann ich dann so lassen. Oder wegmachen. So. Ach, jetzt habe ich wieder mal jede Menge Gelbe einstecken. Verdammt. So. Egal. So. Hier die Maschinerie kommt auch weg. Die hier kommen auch weg. So. Weil ich würde... Ich würde wahrscheinlich eh im späteren Verlauf auf die Solarmodule gehen. Aber kann ich die schon herstellen, Solarzellen? Nein. Oh. Aber... Jetzt kann ich sie herstellen. Gut. Wir haben ja genug Akkus. Haben wir ja da. Also daran soll es jetzt ja nicht liegen. So. So. Das kommt weg. Das. 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 Okay. Sieht mal ein bisschen aufgeräumter aus. Äh... Ich habe oben fehlen mir noch ein paar Akkumulatoren. Komm. Ich nehme hier mal 50 Stück mit. vielleicht erweitere ich das noch. Äh... Wo sind jetzt hier die Akkus hin? Ah, da sind sie. Okay. So. Weil hier hinten fehlen noch welche. Na, ich komme nicht dran. Ja, du blöder Baum. So. Was habe ich denn hier gebaut? Ach so, ja. So. Fuck. Scheiße. So, genau. Du wirst wieder aufgeladen. Okay. Passt wieder. Okay. Alles tip top. Nichts ist passiert. Keine Panik auf der Titanic. 1,9 Gigajoule. Äh... Ich würde sagen, das reicht mir immer noch nicht. Hm. Braucht Solarenergie so lange? Wow. Oder es fehlt an irgendetwas, weil... Der rührt sich... Der rührt sich nicht. Der rührt sich nicht. Was ist da alles da? Rote, grüne... Ah, 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 ah. Ja, okay. Okay. Ich habe hier schon gedacht, wieso geht die Forschung nicht weiter? So. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Ja, weil... Äh... Ich habe hier oben alles abgerissen. Ich habe hier oben alles abgerissen. Moment, die bringen mir doch die Batterien runter. Wo gehen die Batterien hin? Hier für die blauen. Okay. Wo werden hier noch Batterien gebraucht? Ach so, ja, für die Lasertürme. Stimmt. Okay. Hm. Also im Endeffekt habe ich ja heute... Äh... Nichts Großartiges gemacht. Ich habe nur etwas verbessert. Aber... Viel verbessert habe ich da auch wieder nicht. Hm. Oh. Da habe ich was vergessen. Und zwar muss da ein Teiler hinein. Äh... Was habe ich jetzt da hier gebaut? Nein. Nein. Na... Oh, nein. Verdammt. So. Äh... Was habe ich jetzt hier gebaut? Oh, man. Man, man, man. Wenn man... Ich weiß jetzt... Einmal mit Profis... So, jetzt aber. Jetzt passt es wieder. Ach Gott. Das sind immer noch Kunststoffstangen im Weg. Okay. Das passt. 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 Hier die grünen. Okay. Passt wieder alles. Alles perfekt. So. Rein mit dir. Rein mit dir. Ach Gott. Wie viele Kupferkabel habe ich denn hier einstecken? Ach du Scheiße. So. Habe ich sonst noch was, was ich könnte wegschmeißen? Hm. Ich könnte ein paar Roboter fliegen lassen. Logistikroboter. So, dann hier noch das Strom anbinden. So. Das funktioniert wieder alles. Hier oben noch einmal Strom anbinden. Äh... Wieso hat... Hä? Äh... Okay. Die Fabrik kann nämlich auch weg. Wieso bringt der mir wieder Rote? Ich habe da nichts gebaut. Oh Mann. Komm. Gib her. So. Ich habe 90 Stück. Komm. Ich brauche eigentlich im Endeffekt... Wieso? Okay. Bleibt so, wie es ist. So. Batterien rein. Grüner rein. Stahl rein. So. Okay. Äh... Das ist meine Holzkiste. Okay. Ah, hier ist die Kiste. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So. Geschwindigkeitsmodule. Die hebe ich mal auf. Äh... Du bekommst ein bisschen Eisen. Seid ihr schon voll? Ach du Scheiße. Ihr seid ja schon voll. Wow. Komm. Du kriegst Eisen. Du. Du. Und du. Du kriegst Eisenplatten. Du bekommst Eisenplatten. Wer braucht hier noch Eisenplatten? Wer hier? So. Wer braucht Kupfer? Wer braucht Kupfer? Du brauchst Kupfer. Okay. Ist auch fertig. So. Die Zweierstufe. Ach stimmt. Es gibt ja nur eine Stufe. Es gibt ja nur eine Stufe. Äh. Okay. Hm. Beton. Was geht denn eigentlich noch relativ flott? Hier. Sprengstoff. So. Das. 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 Und das. Okay. Bisschen Kupfer habe ich noch. Du brauchst keinen Kupfer. Du auch nicht. Wer braucht hier noch Kupfer? Komm. Ein mit dir. Die gelben Fließbänder. Die gelben Fließbänder. Na toll. Oh. Ich habe ja ganz vergessen auf die Zeit zu schauen. Oh. Okay. Ah. Das passiert. Aber. Ach du Scheiße. Hier ist kein Eisen mehr. Oh. Oh Gott. Verdammt. Oh. Jetzt wird es ein bisschen eng mit Eisen. Ach du Scheiße. Oh. 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 Komm. Hier verpasse ich mal die Geschwindigkeitsmodule hinein. Oh. Ja. Okay. Okay. Mit Eisen wird es jetzt sehr knapp. Nicht mehr viel da. Aber ich würde sagen. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir uns mal um das Eisen kümmern. Weil Eisen sieht sehr schlecht aus. Ja. Und da würde ich sagen. Gehen wir da in der nächsten Folge an. Gut. Dann würde ich sagen. War es das mal für heute gewesen. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.